Gott ist allmächtig und mächtig. Er ist niemandem, niemandem Rechenschaft schuldig. Er kann jeden dazu bringen, alles zu tun, was er will, aber er wird sich dir nicht abdringen. Er ist ein feiner Gentleman. Jesus Christus liebt dich und möchte in einer schönen Vision mit dir sein und dir alle die Liebe geben, die du verdienst. Komm ein Fak, komm wie du bist, komm zu Jesus.